Fähnst du? Ja. Jetzt ist das Signal, hat sich auf eine 4 gestellt. Das Signal hat sich auf eine 4 gestellt. Das Signal hat sich auf eine 4 gestellt. Guck mal, das ist 4 jetzt. Die 4 ist kaputt, ne? Die 4 ist so ein bisschen kaputt. Ey. Na, Augenschmerzen? Ich weiß nicht, ob der, wenn der jetzt zurückkommt, das Tablett da sieht. Dramatische Musik Das Signal, dann ist das Signal. So entgegen kommt noch einer, auf der anderen Seite wird da noch einer kommen, glaube ich. Ja hier steht auch nicht einsteigen, da kommt einer. Nicht einsteigen, Endstation. So wir haben jetzt noch einen 2771 gefunden, der hat noch Gelenk dazwischen und die Türen sind so weich. Das ist ein Unikat. Und Abfahrt. Da sieht man einen Durchgang. So, nicht einsteigen. Und Abfahrt. Ich glaube der fährt nach da. Ja, der fährt ja nach da. Ja, das ist er. Ich habe es gefilmt. Ich schicke mir das Video dann per WhatsApp, ja? Ja, mache ich. Das ist der 2770, 2771. Das war der, der auf der 55 war. Ja. Machen du Videos? Ja. Nein. 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 Finaleтраgen. Nein. Nein, nein. Nein, nein nein. Man muss halt noch selber raus machen. Ja. Ich geh mal kurz gucken. Den Unikat hat der, der hat den... Das Licht ist aus. Da war das Gelenk, 27, 27, 71. Und nur mit einer Lampe ging es in den Tunnel. Ja, Spokasa steht jetzt neun Minuten und demnächst in 19, jetzt fahren die Züge alle zehn Minuten nur. Oh, wie cool. Guck mal. Sag was du, gute Idee. Tunnelvideo, das... Das Geile ist, ich hab hier auch noch die Fahrtour wieder zurückgefährt. In die Kehre. Guck, hier. Leider hast du nicht in der MEDS gefahren. Da kommt noch ein Aussetzer. Nicht einsteigen, steht da. Aber nach der ersten zwei Minuten. Na ja, dann gibt's noch ein Teil 2. Bis zum Teil 2. Was irgendwie komisch ist, der hat...